Willkommen in der zweiten Folge des vierten Jahres von Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir befinden uns in Hogwarts und wie ihr gerade gesehen habt, bekommen wir Besuch von anderen Zauberschulen. Der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist auch schon angekommen. Und Dumbledore wollte gerade was sagen. Nun kommen die Schüler aus Romstrand. Und die Französinnen aus Beubaton. So, da ist eine Alterslinie. Und da dürfen nur Charaktere ab einem gewissen Alter durch. So. Und wir folgen der Niklas. Ah, da ist die Fotografen-Tante. Ich habe den Namen vergessen. Rita Kim Kornsoff. Jetzt habe ich es. Und wir müssen hinunter. In den Unterricht Zaubertränke. Ah, aber wir haben keinen Unterricht, sondern wir lernen einfach nur diesen Zaubertrank fürs Altwerden. Weil, wenn wir in diesen Kreis hier reingehen, werden wir, ähm, ja, verzaubert. Wir bekommen einen Bart. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ja, wir bekommen für kurze Zeit einen Bart. Ich brauche mal Hermine, weil ich habe gesehen, hier steht ein Schrank. Den öffnen wir doch gleich mal. Schade, da war nur Geld drin. So, und dann haben wir hier ein Aquarium. Die Fische weissen sich an der Banane fest. Gefällt mir aber gar nicht. Und wir kriegen diese Banane dann nicht weg. Hm. Irgendwie fehlt da noch was. Ah, hier können wir Hörnchen umdrehen. Dann geht das da raus. Da ist noch ein Schrank. Und da kommen ganz viele Sachen raus, die wir zusammenbauen können. Ah, okay. Also, wir brauchen Lila. Lila bekommen wir mit Rot. Und Blau. Dann brauchen wir... Ach so, müssen wir die jetzt noch kaputt machen? Ja. So, als nächstes brauchen wir Grün. Und Grün bekommen wir mit Blau. Und Gelb. Ah, guck mal. Das geht von der Leine kaputt. Und Orange kriegen wir mit Rot. Und mit Gelb. So, damit haben wir unsere Schlange. Die können wir dann schon mal in den Kessel werfen. Ah, hier können wir die Bücher mal rausnehmen. Und können... Und können... Und können... Herminus Katze... Hier die Rampe hoch. Über die Bücher in das Rohr. Nein. Und wir brauchen die gar nicht da so hoch. Die kann ja springen. Und damit macht es den Käfig auch für den Vogel. Und der Vogel... Pickt an das Aquarium. So. Wenn wir den Vogel anschießen, haben wir Hähnchenkeulen. Die können wir jetzt in das Aquarium packen. Die finden die Fische nämlich interessanter. Und wir können uns die Banane rausholen. Und ab in den Kessel. So, jetzt brauchen wir nur noch dieses Platt hier. In dieser Röhre. Aber da fehlt was. Von daher müssen wir gleich mal gucken, wo wir das herkriegen. Können wir die Kiste öffnen? Ja, natürlich können wir die Kiste öffnen. Und da ist es auch schon drin. Da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir außen rum. Packen das da hin. Und stellen uns da drauf. Die andere Seite muss ich auch einer stellen. Und dann können wir das hochpumpen. Das dauert ein bisschen. Und dann schwimmt das runter. Liegt hier am Boden. Können es auch sammeln und den Kessel werfen. Und haben nun den Alterungstrang freigeschaltet. Das bringt uns einen goldenen Stein. Wir können jetzt davon trinken. Und werden alt. Und können diese Barriere betreten. Dann geht es weiter. Wahrscheinlich wieder zurück in die große Halle. Ja. Der Pfeil weist schon darauf hin. Dumbledore wartet schon auf uns. Und man kann jetzt seinen Namen in den Pokal werfen. Aber der Pokal will nicht. Der fand das nicht so gut. Die Auswahl beginnt. Für die anderen Schulen. Und für Hogwarts. Cedric Diggory. Und Harry Potter. Und wer der Pokal ausgewählt hat, der muss auch mitmachen. Dann gehen wir mal weiter. Hagrid hat gewunken. Zudem müssen wir bestimmt jetzt als nächstes... Ja, sieht ganz danach aus. Wir laufen da einfach mal hin. Über die Brücke. Über die Brücke. So, und... Ja, in Hagrid's Haus. Der wartet auch schon auf uns. Dann gucken wir mal. Hagrid hat Blumen dabei. Und wir gehen mit Hagrid umfangen. Oha. Jetzt wissen wir, was Hagrid uns zeigen wollte. Brachen. Ganz toll. Dann gucken wir mal. So. Wir haben hier eine Kugel. So. Wir haben wir jetzt da rein. Und... Können wir die jetzt nach oben transportieren? Eigentlich sollte das gehen. Wir können das Schloss kaputt schießen. Und einfach in den Käfig gehen. So. Jetzt hat der Drachen sein Ei wieder. Was direkt auch schlüpft. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier einfach vorbei. Und... Wir müssen die Wichtel... Einfach nur kaputt machen. Hier, Hagrid, du bist größer. Du kommst doch bestimmt an den da ran, ja. Und dann können wir die Kette aufbauen. Und dann kann Hagrid da mal dran ziehen. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Da kommen Flammen von der Seite raus. Jetzt sind wir da durch. Dann brauchen wir Harry. Der kann hier die Kranken wegmachen. Und dann können wir das zerschießen und können das aufbauen. Und zwar einen Pilz zum Hüpfen. Und hier können wir wieder so eine Kette aufbauen. Das kann der Hagrid da... Da kann der vielleicht mal dran ziehen. So, dann geht die nächste Klappe runter. Aber war jetzt hier noch was? Na ja, ein paar... Blaue Steine und ein Wielandstein. So. Dann können wir hier jetzt... Ein Psyllophon aufbauen. Und müssen jetzt die Noten spielen. Wie uns der Trache vorsingt. Grün, Gelb, Blau. Halt. Grün, Gelb, Blau. Rot, Gelb, Blau, Grün. Rot, Gelb, 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 Hier sind wir etwas zu kurz gesprungen. Hier müssen wir jetzt das Fass füllen. Und können mit dem Fass ein bisschen Feuer löschen, oder? Hm, eigentlich. Irgendwie, vielleicht muss ich das Feuer nicht löschen lassen. Löschen wir mal das erste. Aber jetzt, man muss halt lange genug drüber halten, bis die Flammen wirklich weg sind. So, dann können wir das mit dem zweiten. Und dann können wir das mit dem dritten Feuer machen. Bis die Flammen weg sind. Und dann können wir das Holz dazu benutzen, uns eine Treppe zu bauen. Einen Aufgang hier hoch. Und da kommt der nächste Drache. Er findet den Ring wohl ganz toll. Weil wir immer darauf schießen. Das nutzen wir doch mal aus. Und wenn wir ihn den Ring so halten, dass er auf die Haken schießt. Und wenn er die Haken dann kaputt geschossen hat, geht die Kette auch ab. Und da geht die Brücke runter. Ui. Und wir müssen uns einen Übergang bauen. Über die Brücke. So, dann bauen wir mal was. Ah, das hat noch nicht gereicht. Wir sind falsch gesprungen. So, aber wir können eigentlich auch. Der Fang ist schon drüben. Ah, da kommt der... Da kommt der Hagrid nach. So. Da ist jetzt noch so ein Wappenteil. Da kommen wir noch nicht dran. So, wir können hier mal weiter gehen. Ja, silberne Teile können wir immer noch nicht kaputt machen. So, wir können hier das mal festmachen. Harry macht das andere fest. Und da kommt uns noch jemand zu Hilfe. Der macht das dritte fest. Und das Tor öffnet sich und wir können da hochlaufen. So, wir können hier den Baumstein mal noch mitnehmen. Das war ein komisches Geräusch. Ich glaube der Hund wurde irgendwie getreten oder so. Okay. Na toll, der ist unsichtbar. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich mit Harry auch machen. Den Umhang anlegen. Dann ist der unsichtbar. Und wir können durchgehen. Bis dahin, runter geht's nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht durch, aber... Der Fang kann ja buddeln. Und wir gehen einfach eine Ebene tiefer. So, dann brauchen wir Hagrid. Und der muss hier mal in der Kette ziehen. Dann hebt sich das. Und Harry kann weiterlaufen. So, dann gucken wir mal. Machen wir mal die Ranken weg. Wir können die Pflanze wegschießen. Dann nimmt die auch ihre Wurzeln weg. Und wir können das anheben und fangen und Hagrid. Können da durch. So, die haben jetzt unten an den Pilz gedreht, damit wir hier oben durch können. Wenn wir den Pilz loslassen, dann können die da unten durch. Und jetzt müssen wir noch mit Fang hier buddeln. Und muss das Harry machen? Ne, wahrscheinlich Hagrid. Genau, der kann das jetzt anheben. Und Harry muss es kaputt schießen. Und damit sehen wir den Drachen. Den letzten. Und können weiter gehen. Und da hat Hagrid Harry die Drachen gezeigt. Und ist zu seinem Rendezvous gegangen. Und wir haben das Level abgeschlossen. Den wahren Zauberer haben wir nicht. Ein paar Stats haben wir. Und den goldenen Stein für das Abbruch aus dem Level. Damit sehen wir uns in der nächsten Episode wieder.